Andi muss immer in Action sein als Kameramann, wenn du auch erwähnt werden möchtest als Kameramann. Dann kann das doch nur im Zusammenhang mit einer guten Arbeit, die abgeliefert wird, gemacht werden. Ansonsten wird doch alles totgeschwingen. Nur, dass du dir darüber im Klaren bist. Na? Du musst wirklich am Ball bleiben und sehen, dass das Bild gut ist. Also stoßen wir auf ein gutes Interview an. Was vor uns liegt und nicht hinter uns liegt. Wir werden nichts Befreundes tun oder sagen. Also werde ich einfach sagen, dass wir alte Freunde sind, alte Kumpel, und viele Jahre gingen. Und wir sozusagen zügig voranschreiten von dem Tag, wo du dich entschlossen hast, Musik zu machen. Wann war denn das eigentlich? Das war in meinem elften Lebensjahr. Geklingelt habe bei der Klavierlehrerin, dass sie mich nicht hören konnte. Ich konnte aber zu Hause sagen, ich habe geklingelt und niemand hat aufgemacht. Und eigentlich wollte ich Fußball spielen weiterhin, was ich vorher getan habe. Aber dann, nach einem Jahr habe ich nachts, abends im Radio, was war das? Salzburger Fisch würde sagen, was. Ein Konzertabend gehört, Schubert, Beethoven und so. Wie alt warst du da so? Elf. Und das hat mich so gepackt, dass ich am nächsten Tag anfing, die Sache in einer Weise ernst zu nehmen, wie sie notwendig ist, wenn man sich der Musik verschreibt. Das heißt auf Deutsch gesagt ganz. Nicht mehr baden gegangen, nichts, gar nichts. Einfach nur noch am Klavier gesessen. Und dann ging das sehr schnell. Das erste Konzert in Dindau. Und dann... Dass du das erste Konzert besucht hast oder gegeben hast? Gegeben. Gegeben. Und... Was war das für Repertoire? Das waren Heidensonaten. Heidensonaten. Und dann sind wir nach München und ich kam auf die Musikhochschule. Wer sind wir, München? Meine Familie. Was macht deine Familie, Vater, Mutter? Musiker? Keine Musiker? Mein Vater war Opernsänger. Und meine Mutter hat die Musik über alles geliebt. Und ihr Traum war, dass ihre Kinder ein Streichquartett bilden. Und sie war sehr unglücklich, dass ich eigentlich früher vorzog, Fußball zu spielen. Und dann spielte ich Klavier und damit kann man auch kein Streichquartett machen. Wie dem auch immer. Und in München begann die ernste Ausbildung in klassischen Klavierspielen. Dann ging ich nach Freiburg auf die Musikhochschule, Komposition, Klavier, Dirigieren. Und dann mit 18 habe ich das beendet. Mit 18? Ja. Also die akademischen Musikstudien als solche. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bedauere heute, dass ich auf Musikhochschulen ging und würde das jeden ungefähr abraten. Aber was ist, wenn einer Musiker ist und möchte so einen Weg gehen, beruflich Musik zu machen? Was soll er selber lernen oder einen Lehrer finden, wenn er Glück hat? Aber an Musikhochschulen, was war denn? Die Lehrer waren meist auf Tournee. Ich war ja die meiste Zeit alleine irgendwo. Und in Komposition in der damaligen Zeit schmissen die Schüler Eier an die Tafel. Und der Lehrer ging mit mir gern Fisch essen dabei. Das ist das einzige, was ich nicht esse. Und dann ist ja irgendwann mal der Moment gekommen, dass Du gesagt hast, ich will mit Musik mein Geld verdienen und es gibt für mich nichts anderes. Welcher, was war für Dich da am naheliegsten? Konzerte oder Schaltplatten zu machen oder Unterricht zu geben oder was? Nein, drei nach. Ich habe dann, ich habe ja immer von Anfang an improvisiert, zugleich zum klassischen Klavierspielen und auch Stücke komponiert, Klavierstücke. Aber als ich die Musikhochschule beendet hatte, hatte ich erstmal alles andere im Sinn, als mit der Musik weiterzumachen, weil mir das irgendwo auch eng wurde, das Ganze durch diese Ausbildung. und sinnlos erschien so etwas zu tun. Und nach der kleinen, das ist meine kleine Pause, nach der kleinen Pause fing ich an mit dem Manfred Eicher zusammen, späteren ECM-Gründer und Produzent und Chef. Ich spielte den Press-Kontrabass, ich spielte Klavier in der Art so, würde ich sagen, lyrischer Free Press. Da bildeten wir kleine Gruppe und ab da wurde dieser Weg neu geöffnet. Ich habe mich gefragt, ob ich Schaltplatten machen wollte, eigentlich nie. Ich wollte zu der Zeit große Oratorien, szenische Oratorien machen und hatte Tag und Nacht an dem Synthesizer gearbeitet, eine Filmmusik gemacht damit und sehr viel Material. Und plötzlich hat sich das in der Stadt, ich lebte damals auf dem Land, rumgesprochen, dass da auf dem Berg irgendjemand was Verrücktes macht. Und dann kamen langsam Freunde an, raus, hörten zu, dies und das, mit Menschen sprach sich das rum. Und plötzlich kamst du an und du schließt immer ein, wenn ich dir was vorgespielt habe. Und das hat mich anfangs sehr irritiert, bis ich, ich sage mal, so viel Selbstbewusstsein hatte, dass ich das auf die Kraft der Musik schließen konnte. Dann riefst du plötzlich am nächsten Tag oder nach einem deiner Besuche am nächsten Tag an und setzt mir den Flow ins Ohr für die Schallplattenfirma United Artists, eine Platte zu machen. Und sagen wir mal, zu der Zeit begrüßte man derlei Angebote mit großem Jubel, weil es war was sehr Schönes, eine Platte zu machen. Hast du dieses Buch eigentlich mal gesehen? Das habe ich nicht nur gesehen, dieses, habe ich noch nie gesehen, diese Ausgabe, sondern ich kenne verschiedene Übersetzungen in Deutsch von diesem Buch. Und die Begegnung mit diesem Buch war ausschlaggebend, auch für die Frage, wie soll man diese Gruppe nennen. Damals war es üblich, dass eine Musikgruppe einen Namen hatte, unter dem etwas schwang, verborgen oder nicht verborgen. Da haben sich die Gruppen unterschieden, etwas schwang, wo die Hörer assoziieren konnten die Welt, die um diese Musik herum war. So kamen solche Namen wie Amondül zustande, Popol Vuh. Hast du dich an dem Namen Amondül eigentlich orientiert, um auch so einen Doppelnamen zu finden? Amondül, Popol Vuh? Nein, überhaupt nicht, sondern dieses Buch hat mir, hat tiefe, tiefe Spuren in mir hinterlassen. Weil ich durch dieses Buch gelernt habe, andere Urschriften zu verstehen, die ich vorher nicht verstanden habe. Ich habe in gewisser Weise durch dieses Buch einen Schlüssel gefunden. Was heißt Popol Vuh, wenn man so etwas übersetzen würde? Das kann niemand verbindlich sagen, so und so heißt das. Von deiner Musik ist ja später oft gesagt worden, oder irgendwo wurdest du mal als religiöser Musiker zitiert. Wenn du jetzt sagst, Popol Vuh ist ja eine Art von Bibel der Inka-Kultur, oder ist das missverstanden? Nur die Erwähnung des Wortes Bibel lässt assoziieren, dass es, wenn man so will, religiös betont ist. Nein, es ist die Erinnerung an die Geschichte des Werdens der Menschheit, dieses Buch. Und zwar rückerinnert von einem Indianer und aufgezeichnet von einem spanischen Katholiten, einem Missionar, wenn man so will. Und in dieser Rückerinnerung hat er die gesamte Geschichte des Menschwerdens und seines Volkes, all die Rituale, wie sie miteinander umgingen, geschildert. Und das war, wie soll man sagen, hochinteressant, weil sich darin andere Möglichkeiten zu leben dargestellt hatten, als das damals in der sehr materiell, sage ich jetzt, nicht nur in der sehr materiell orientierten westlichen Welt, als das damals eben so war. Und so dieses Zurücktauchen in die Erinnerung, wo wir herkommen, das hat etwas mit meiner Musik zu tun gehabt. Insofern, als ich auch beim Komponieren an die Musik so heranging, als würde ich zum ersten Mal als Mensch die Augen aufmachen und diese Erde und dieses Leben zum ersten Mal sehen, diesen wunderbaren Zweig oder zum ersten Mal hören, diesen wunderbaren Vogel oder zum ersten Mal auch Musik zu hören. Platte, für Platte, weil es ja auch chronologisch dann wichtig wäre, ja, Affenstunde durch, das ist die erste Platte, können wir da noch einmal einladen. Ja, Affenstunde, Affenstunde, rein der Titel, obwohl nicht offen verständlich, assoziiert in die Richtung des Moments, wo sich der Mensch, wo sich der Mensch vom Tier erhoben hat. Eine gewisse Stunde des Affens, wo er zum Mensch wird. Und ich würde so sagen, damals war wichtig, ich sprach vorher von, dass wir die Erstarrten, in der Zeit die Erstarrtenmuster aufgebrochen haben. Damals war wichtig, Klänge zu bringen, eine Musik zu bringen, die noch nie gehört worden sind. In tatsächlich das schöpferisch Neuwerden aus einer langen Zeit des Erstarrens. Und da spielte die Affenstunde eine nicht unbedeutende Rolle in der Zeit, weil in der Tat so etwas vorher nie gehört worden ist. Also, ich wollte noch fragen, fühlst du dich eigentlich geschmeichelt oder missverstanden, wenn Leute heute deine Musik religiös assoziieren? Es ist gar nicht die Frage, ob ich mich geschmeichelt fühle oder missverstanden. Beides trifft nicht zu. Ich fühle mich weder missverstanden, noch habe ich auch nur den geringsten Bezug zu dem, was man hier unter Religion versteht. Ja, dein Späteanplatten ist doch eindeutig, wenn du von den Gärtenpfarrer ausredest oder vom Hosianna Mantra, dass du dich als christlicher Mensch siehst oder zumindest der christlichen Religion verbunden. Nein, nicht die Spur. Wenn ich eine Platte mache und nenne sie Hosianna Mantra, dann verbinde ich damit schon wieder zweierlei Kulturen, nämlich die westliche und die östliche. Einfach so. Du hast die Idee gehabt, nachdem, nein, ich habe ja eigentlich die Idee gehabt, eine Platte zu machen mit Mooksindesal, nämlich mit elektronischer Musik, wo ich merke Musik. Und ich hatte aus meiner Zeit in San Francisco mehr diese Vorstellung, künstliche Töne zu erzeugen, also sozusagen zu reproduzieren. Das war aber nicht deine Verbindung zu einem Mooksindesal. Denn du hattest ja aus ganz anderen Gründen mit diesem Instrument hantieren. Es gab damals zwei Möglichkeiten. Das war ja ganz am Anfang der Elektronik, des Mooksindesal. Das war überhaupt der Anfang in Europa. Es gab zwei Möglichkeiten, mit den vier elektronischen Tontypen den normalen Klang eines Instruments zu imitieren, wobei dann unüberhörbar war, dass es kein originales Instrument ist durch die Kälte der Elektronik. Das hat der Carlos gemacht mit seinem Bach-Bach-Präschen. Dann gab es die Möglichkeit, in diesem Bereich solistisch mit einem synthetisch auf dem Keyboard gespielten Instrument in der damaligen Musik mitzuspielen. Und all das hat mich nicht interessiert, sondern tatsächlich die Klangtiefe und die typische Eigenart dieses Instruments zu kennenzulernen und auszudrücken. Da in gewisser Weise das, was synthetisch mit der Mook-Elektronik gemacht worden ist, ist ja jederzeit und besser mit normalen Instrumenten. gemacht werden konnte. Das war es aber im Grunde genommen eigentlich eine Effekthascherei. In dieser Zeit kam doch auch das Melotron auf. War das für dich eine Alternative zum Synthesizer? Nein, nie. Nein, nie. Nein, nie. Der Synthesizer hat ganz spitze, Mook-Synthesizer hatte ganz spezielle Klangwelten, die in der bisherigen Elektronik noch nicht existierten. Und in diesen tiefen des Klangs bin ich eingestiegen mit der Arbeit an der Abgestunde. Auch die spezifische Möglichkeit der Rhythmik, die Elektronik hat mich interessiert, die ja anders ist, als wenn die Rhythmik von normalen Schlagzeug vorgegeben hat. Und so machte ich eine spezifische Platte elektronischer Musik des damaligen Mook-Synthesizer. Ich mache einen Spiegel. Wie fällt einem so etwas ein? Ich mache einen Spiegel. Ist ein, wieder ein Text, heißt Codex Florentinos, ein Text aus Jokatan, der Chihindia. Also praktisch ein Text aus dem Bokulhu. Nein, er ist nicht aus dem Bokulhu, er ist von anderen erhalten. Ich mache einen Spiegel, heißt und dieser ganze Text bedeutet den schöpferischen Prozess, das ist ein Text über den schöpferischen Prozess, der für alles gilt, sei es um ein Mensch zu werden oder sei es um ein Gesicht zu machen oder sei es um ein Bild zu malen. Ich mache einen Spiegel. Ich bringe das, das was ich mir innen, tief innen vorstelle, was ich dort imaginiere, bringe ich nach außen, mache es hörbar. Dies ist, ich mache einen Spiegel. Als du diese Platte zum ersten Mal als fertiges Produkt in der Hand gehalten hast, das allererste Mal, hier ist die fertige Platte, wer immer sie dirigiert, mit Heinz Lukas oder sonst jemand damals oder ich, whatever. Was, ich meine heute, 20 Jahre später, hast du 25 LPs gemacht, aber was war zu dem Zeitpunkt für dich die naheliegendste Assoziation oder welche Pläne hast du zu dem Zeitpunkt auf Wahlen mit so einer Platte bei allem, was man beginnt, bei allem ist große Freude, wenn es geglückt ist. Es war große Freude, es war ein Durchgang und es war große Freude am Ende, es hat so was wie, es hat was zu tun mit der ersten, ja, mit dem Inhalt der ersten Liebe. Später, das weiß jeder, später wird das dann, wer eine neue Liebe auftaucht, verblasst die alte Läste sich. Nein, 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 nein. Später wird das dann viel sachlicher. Gut, wir kommen zur zweiten Platte. Wir wollen das jetzt nicht so sehr im Detail ausbaden. Warum United Artists, weshalb, wieso? Also wir haben die Option nicht wahrgenommen und du musstest dich woanders umschauen. Ich hatte Angebote und in dem Moment, wo er die Option nicht wahrgenommen hatte, war ich praktisch. Warst du schon mal anders? War ich schon mal anders. Beim Rolf-Urrich Kaiser, kann man ja ruhig sagen, dem damaligen Underground-Producer in Deutschland, der mit vielen Gruppen zu tun hatte, aber letztlich nichts gemacht hat, nicht? Doch, er hat viel gemacht. Er hat mit dem Händlerentrieb und dem Aschertempel produziert und ist dann mit den Geldern irgendwo, weiß der Geier, nach Miami ab. Als Sternenmädchen verkleidet. Als Steuerflüchtiger. Und wir saßen da. Da ging es um diese Platte für dich, nicht? Kann man ruhig sagen. Nach der Elektronik der Affenstunde war noch ein gewisser Bereich an Klangvorstellung dieses Mook-Synthesizers nicht erfüllt. Und das war in gewisser Weise die menschliche Stimme durch die Elektronik produziert. und so wurde in den Gärtenpfarrhaus eine sehr gesanglich lyrische Platte im Vergleich zur Affenstunde und in der Tat ist es geglückt, eine weibliche Gesangsstimme zu reproduzieren. Auf welchem Stück ist das besonders deutlich? Das ist auf der Ingen-Gärtenpfarrhaus auf der A-Seite. So, Jan, das ist eine Platte die dann auch zum ersten Mal sagen wir im Ausland Interesse für dich erweckte. In England waren in den Zeitungen Artikel in verschiedenen von Sounds mit Blome damals. Die haben ja alle dann angefangen über den experimentellen Elektronikmusiker Florian Fricke zu schreiben obwohl du eigentlich ja schon weg warst von der Elektronik so von der Musik. Nach der nach In den Gärtenpfarrhaus war mein Interesse die Klangwelt dieses Instruments ausgeschöpfen erloffen insofern als ich selbst nie Technik begeistert war überhaupt nicht. Frank Fiedler hatte diesen Bereich zu übernehmen in der Gruppe und mich hat den Klangbereich interessiert und der erschien ausgeschöpft und ich begann Musik zu komponieren und zu produzieren mit normalen Instrumenten aus dem Stand Rosian Hannover Florian wenn man sieht dass du ja immer weiter und immer wieder Platten gemalt hast hat man ja gemerkt dass die Firmen Interesse daran hatten weil sich deine Musik ja auch offensichtlich anfing zu verkaufen sonst wird ja eine Firma aus rein geschäftlichen Gründen so etwas nicht fortführen normaler normaler zumindest im kapitalistischen Westen kannst du dich daran erinnern in welchen Größenordnungen damals deine Platten verkauft wurden du hast ja Lizenzabrechnung recht wahrscheinlich ja vorsichtig ich weiß selber erstens redet man nicht über das Geld nein nicht über das Geld aber und über Tantiemen erst recht nicht und über Lizenzen das stimmt alles aber wenn einer wenn einer wie George Deuter sagt dass sich seine Platten am Anfang mit 2.000 3.000 Platten verkauft haben das Stück die heute aber insgesamt nach 20 Jahren vielleicht 80.000 bis 100.000 verkauft haben so ist das doch eigentlich nur ein Zeichen in der Relation ich meine Michael Jackson ist kein Vergleichsstab aber wenn ein Vollenweider heute in Amerika eine halbe Million Platten verkauft mit dem Anspruch meditative Musik zu machen da kommen wir ja auch noch drauf dass du ja bei einem bestimmten sagen wir Käuferkreis oder eine bestimmte Klientel so langsam gewonnen hast die heute im New Age Bereich liegt die damals als die wie wurde das damals bezeichnet ich mich ärgern oder was nein ganz und gar nicht aber das stimmt doch das darf man doch nicht übersehen dass du zu der Zeit in einem mehr meditativen Bereich deine Käufer gehabt hast stimmt doch stimmt schon Adenauer hat mal gesagt Adenauer hat mal im Bundestag gesagt ich kann mir auch keine neuen Menschen schaffen ich muss mit denen leben die da sind selbstverständlich die gingen aber aus von den Verkaufszahlen das war unterschiedlich und war immer bestimmt von dem Einsatz der Promotion aber ich meine indem du Musik machst wirst du natürlich nicht Michael Jacksons Verkaufszeitumsätze erreichen aber doch zumindest liebäugelt man doch mit dem Gedanken des Erfolges nämlich auch des kommerziellen Erfolges ist doch klar sonst braucht man keine Platten zumachen nein das stimmt er sich so nicht das ist tatsächlich Unsinn die die faire Gleichung für einen Künstler heißt dass er das was er sich vorstellen kann realisieren kann das heißt er muss dementsprechend leben können er muss eine Familie hat seine Familie erhalten können er muss verdienen was mich interessiert hat das war so viel Geld mit der Arbeit die ich verschrieben hatte zu verdienen dass ich immer in der Lage war Ideen realisieren zu können das habe ich erreicht im Wesentlichen mehr interessiert mich nicht hast du damals Platten gemacht das kamen ja Leute neue Leute auf die ebenso in diesem Musikbereich sagen wir sich profilieren wollten wie Klaus Schulze ja oder Ashratempel das war ich sagte ja vorher schon erstarrte Formen sind zusammengebrochen und wir waren Pioniere damals das Neue zu formulieren das Neue hinzustellen und das hat plötzlich enorm viele Menschen damals Mut gemacht was sie betrifft und was sie sich vorstellen auch zu tun die Gruppen schossen nur so aus dem Boden damals und zum Beispiel Tendron Dream machte bis zu der Zeit wo es Apfelstunde in Pharao gab machten sie so wie das damals in Deutschland üblich war Imitation englisch-amerikanischer Rockmusik Hast du in eurer Weise eine Konkurrenz in der Existenz dieser Musiker gesehen oder? Nein, nie ich habe mit Tendron Dream zusammen das Doppelalbum Atem in Köln im Studio gespielt und produziert ich habe auch mit Gila zusammengespielt als Dank für seine Arbeit also für Conny Feis Arbeit hast du an der Runde mit Gila Mantra habe ich auch wieder Köln für diese Dirks den Pianopart von Vendet Nie der Gila Platte von Conny Feis gespielt als Dank um ihm das zurückzugeben und dort übrigens als Schlagzeuger den Daniel Fischischer kennengelernt Ach, den hast du durch den gekennzeichnet ja, im Studio wir waren eine Woche lang kommunizierten wir Conny Feis kommunizierten wir wir spielten damals das war der neue Dreh in Kabinen aufzunehmen um den Klang so getrennt wie möglich zu haben für das Milchspröde um eine Transparenz zu ja, heute macht man das längst nicht mehr ich war immer Gegner davon weil es zu unmenschlich ist über Kopfhörer in getrennten Räumen miteinander ein Stück zu spielen und da habe ich den Daniel Fischischer kennengelernt und der war ja dann kurz darauf plötzlich Gitarrist bei Popol Voo überraschenderweise obwohl er ein Schlagzeuger war aber er kam nach der Gila Produktion Wondidny fuhren wir zusammen zurück nach Mönchen und paar Tage später kam Danny an und sagte er möchte die Gitarre spielen in der Gruppe und dann habe ich gesagt na hör mal ich denke du bist Schlagzeuger und er sagte nein ich spiele auch Gitarre und dann haben wir miteinander gespielt und es war bei Leide nicht alles richtig gespielt auf der Gitarre aber hatte ein so unbeschreibliches das Feeling dass ich sagte okay fangen wir an zu arbeiten und dann innerhalb von ein paar Wochen etwa der Dengue nicht mehr wegzudenken aus der Burg und mit dieser Formation hast du dann auch deine nächste Platte noch gemacht da machten wir dann zusammen mit Chronified und dann im Pitcher als Gitarist da machten wir die Seelepreisung Florian können wir vielleicht erstmal kurz darüber reden bevor wir auf Aguirre kommen wie hast du Werner Herzog kennengelernt mit dem du dann ja jahrelang fast exklusiv gearbeitet hast Werner Herzog den Filmredakteur auf der Filme Nosferatu Cobra Verde Filsgeralda Aguirre Herz aus Glas sollte man ruhig jetzt erwähnen dass das ja jetzt alles vor uns liegt in unserem Gespräch also die erste Filmmusik war das nicht dieser Zwerge Filmmusik nein die erste Filmmusik war Aguirre der Zorn Gottes mit Kinski im Urwald und das war das war auch die erste Filmmusik für Werner Herzog Werner Herzog suchte ihn kanntest du Werner Herzog zu der Zeit schon oder hast du ihn durch jemanden kennengelernt oder wie hat sich das ergeben Ich kannte Werner Herzog Jahre 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 vorher und wir hatten verschiedentlich Kontakt miteinander als er noch keine Filme gemacht hatte und noch studiert hatte auf der Universität hatten wir Kontakt wenn wir über Filmpläne Drehbücher oder derlei Sachen besprachen und haben auch zusammen einige seiner dann später ersten Kurzfilme entworfen miteinander Nächte verbracht darüber dergleichen die erste gemeinsame Arbeit war dann Aguirre der Zorn Gottes Herzog war in Rom suchte bei Morricone Filmmusik für Aguirre und fand nichts was brauchte er Musik für einen Film der schon fertig war Aguirre der Zorn Gottes war fertig und war in Rom zur englischen Synchronisation und in der selben Zeit suchte er die Musik bei Morricone und war kummervoll und darüber dass er da nichts fand was der Tiefe die hinter seiner Bilder verborgen lag entsprach dann traf er eine gemeinsame Freundin eine Schauspielerin in irgendeiner Taverne abends in Rom und war von seiner Sorge um die Filmmusik und diese Vollschauspielerin kannte dich auch ja das ist die Masha und die sagte da gibt es überhaupt nur einen der das machen kann das ist der Florian und Werner sagte ja warum bin ich da selber noch nicht drauf gekommen und ich war glaube ich am nächsten Tag unten in Rom den Film angesehen und er hat mich wie das Filmrediseur so tun eingeschworen auf die Tiefe die da in seinen Figuren sein soll von nach München und machte die Musik dann in einem Nachmittag und der Herzog war begeistert und seitdem du sagst du hast die Musik jetzt in einem Nachmittag gemacht du hast den Film gesehen und in einem Nachmittag die Musik gemacht hast du dich ans Klavier gesetzt und in der Erinnerung an den Film etwas komponiert oder hattest du bereits fertige Produktionen die du zusammengesucht hast oder wie hat sich das ergeben nein Herzog wollte große Chormusik und zu der Zeit war in meinem Besitz diese ominöse allererste Chororgel es war es war es war Melotron Melotron im anderen war er dieses Teil Olaf gekauft hat das stammt von dem Tonmeister Herbert Prasch wo ich meine ersten Filmmusikproduktionen gemacht hatte mit dem Synthesizer im Tonstudio und der ging nach Afrika glaube ich und in dieser Zeit hinterließ er bei mir das Instrument was für ein Instrument dieses allererste Melotron dieses Ungetüm das waren mit all diesen verschiedenen Tonbändern das waren Kisten wo über Räumen Verteil wie ein Fahrrad Übersetzung liefen live aufschleifende Tonbandschleifen von einem echten Chor also wenn ich hier heute zum Beispiel das Cover von Aguirre betrachte und auch dann die nächstfolgende Platte eine Yoga Platte wo du zwar draufstehst Produced by Florian Fricke das Indie Musicians aber eigentlich ist das ja keine typische Poporoo Platte diese Yoga Platte die danach gekommen ist nein beide Produkte bei der Aguirre Platte ist nur das nur die sind nur die zwei großen Männer und Frauen Chöre Original alles andere war Studiomaterial das der Kaiser Wolfgang Kaiser kurz bevor er praktisch das Schiff verließ aus Deutschland flüchtete noch zu Geld verschärbt hat zusammengestellt von mir nicht autorisiert und kamen auch Gott sei Dank in Deutschland nicht raus wie in Italien oder Skandinavien das ist zumindest keine authentische Platte die deine Musik enthält in dem Sinne nicht wo er aus Marketing Technischen und Kriminellen Überlegungen egal wie ein Produkt zusammen gebastelt hat weil du wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch keine neue Platte geliefert hat das war ganz was anderes das waren das waren Bänder da war eine indische Gruppe in München und ich war Ziegenjäger woher kommt dieser Titel wie ist die Platte aus dem Popol Vuh stammt aus dem Popol Vuh wie übrigens Affenstunde auch stammt auch aus dem Popol Vuh und ist die erste Begegnung mit äh war die erste Platte zusammen mit Daniel Fischlscher allein ohne Conny Feit und es war im Grunde so wie für Conny Feit und mich Hosianna Mantra war war das bei Einziger Siebenjäger mit dem Zusammenspiel mit Daniel Fischlscher eine enorm hymnische rhythmisch melodiöse Musik die immer noch zu meinen allerliebsten Konflussionen zählt diese Einziger Siebenjäger schön ist ja auch eine gute Platte wenn du einen Vergleich mit der Rockmus hinbringst fällt mir da eigentlich nur ein Zapper ein der Spruch du sollst deine Liebste nicht wecken bevor es ihr gefällt ja das heißt du sollst nichts zwingen du sollst nichts erzwingen ja ja schön das steht da drauf als Zitat aus dem Buch Popol Vuh nicht oder nein das ist aus aus dem Hohen Lieb Salomon aha also auch wieder der Christ Gloria nein Urtexte der Urtext ja Urtexte sehr schön wie ist es überhaupt mit dem wenn du oder wenn man als Komponist sagen wir mal so du hast ja sehr viele Urtexte verwendet ja richtig ja also was die Texte in dem Zusammenhang ist das ja Public Domain sozusagen dieser Urtext wäre doch Public Domain aber als Titel in Verbindung mit deiner Musik schützbar oder wie wie ist das eigentlich ähm als Titel gibt es keine in dem Bereich kein Urheber Rechts Schutz als Text auch nicht äh in gewisser Weise insofern als ich diese Texte meist ja auch umgeschrieben habe oder aus verschiedenen Urtexten aus verschiedenen Kulturen zusammengestellt diese Texte zusammengestellt habe und im Übrigen äh wer hat schon das Urheberrecht auf die Bibel richtig haha schön so Afrika Propolvu wir sind im Jahre 1975 75 75 nach 1 Jäger 7 Jäger die LP 1 Jäger 7 Jäger war die letzte Platte die du gemeinsam mit Rolf Ulrich Kaiser gemacht hast richtig und dann kam das Jahr 1973 74 wann war das das war für den Schuh oder was war das war ich das für den Schuh ich nach Amerika das war es wieder durch kam praktisch nach nach der Beendigung nämlich Cosmic Carriers und derlei den Rolf Ulrich Kaiser kam ich zurück zu United Datens Sonnenchef Posten hat gewechselt wie immer bei dieser Firma im Tonus von zwei Jahren wenn sie nicht die Rechte im Fit gebracht haben neue Leute sein und da machten wir bei United Artes weiß ich was wo Poli Salomons Uli Eichberger sehe ich gerade an dem Artwork war das die Cover Gestaltung die du selber so vorgeschlagen hattest oder war das ein Vorschlag aus dem Hause oder wie war das überhaupt generell mit den Covers für deinen Platten das ist schon ein wichtiger Aspekt der ganzen Geschichte Du hast ja sehr individuelle Cover teilweise Ja Ich habe begonnen mit Affenstunde und dort auch das Cover selbst Konzipiert Ja ausgedacht konzipiert und mit dir das Fotomaterial eingeliefert dann lange lange Zeit lag das allein mit dem Händen der Firma und ich hatte keiner reingesacht und dieses Cover hat mich immer sehr getränkt durch diese strumpfrohige Farbe ich war nicht glücklich mit diesem hohen Lied Salom Ja außerdem er bringt es eine Steht das Cover im Zusammenhang mit der Musik die du da sozusagen anbietest Nein dieses Cover steht mit der Idee deiner Firma den Text zu kommentieren zusammen das ist ein Bild das die Vorstellung von des Hoheli Salomos Das war sozusagen die Idee von diesem Uli Eichberger damals das so dieses paradiesische was er hier hat Als ich sah dass ich nie ganz glücklich war mit den Cover die Herren machen habe ich das selbst wieder übernommen heute wurde kein Eis Cover mehr und irgendwie an das hat man gemacht jetzt ich mache alle Cover selber Die Rückseite wäre an sich viel treffender gewesen wenn man es mal genau sieht nicht denn Jong Jong , Danny und du sozusagen die Hauptakteure Wir waren in Mailand und haben ein Konzert gegeben und kamen zurück und diese nächsten Tag will ich eine Firma gehen die Firma existierte nicht mehr das war das für mich persönlich kein Direktor mehr niemand die Regionalität Amerika hat zu der Zeit Einsicht in die Bücher in Deutschland in München ihre Tochterfirma und daraufhin beschlossen Ja die Amerikaner hatten deine damalige Plattenfirma von einem Tag auf den anderen nicht gemacht weil sie Steuerschulden in Höhe von 800.000 Mark nicht beglichen hatten Du siehst das ist das was mich immer begleitet hat beide Firmen aber das war letztlich dann auch wieder ein Vorteil für dich dass die Firma Konkurs gegeben ist weil du dadurch kamen wieder in den Keller einer Steuerbehörde diesmal nur nicht in Köln sondern in München das muss man mal erzählen Florian das glaubst du nicht dass diese Plattenfirma United Artists damals in Deutschland ihren Laden dicht gemacht hat eben weil steuerliche Probleme da waren die Firma pleite war die Leute alle rausgeflogen waren und die ganzen aktuellen Produktionen von Michael Schanz über Katja Elfstein mit Armand Hüll und Popo wo im Keller landeten der Steuerbehörde im Keller der Steuerbehörde Finanzamt München Mitte Ja sowas Rechtsanwalt Schenz als Konkursverwalder dir den Tipp gegeben hatte deine Sachen wieder rauszuholen in der Tat und dann wurden sie von der Firma DEA neu veröffentlicht Metronom Hamburg Brüder des Schatten Söhne des Lichts Ja richtig Wieder erneute Zusammenarbeit mit mir unser alter Kontakt Klaus Ebert Nach letzten Tagen letzte Nächte warum der Titel brach ich hier meine Zelte ab und ging ein Jahr in Himalaya und kam dann zurück und machte Brüderschattens Söhne schlicht Was hat dich bewogen nach Nepal zu gehen oder in den Himalaya zu der Zeit weil du letztlich ja auch eine starke Verbindung dazu hast vielerlei die Beschäftigung mit wieder den Urtexten in diesem Fall des östlichen Bereichs dann ein großes Interesse an dem tiefen tibetischen Gesang den ich lernen wollte und dann gab es noch einige Bründe die mir nahe legten mal Abstand zu gewinnen von dieser Welt hier Wieso hattest du hattest du eine stressreiche Phase oder Abstand gewinnen Nein, nein, nein die hat mir nie und genügt mir nie in dieser Welt hier materiell orientierte Welt und das kann man eine Zeit lang mitmachen dann ist es angenehm und gut wieder dort hinzugehen wo eigentlich die wahre Heimat ist die Heimat deiner Seele oder? Ja, ja, das habe ich immer empfunden ich war öfter im Himalaya dann anschließend habe ich immer empfunden wenn ich dort in den Bergen war dann wusste ich nicht mehr wo ist eigentlich meine Heimat wie ist sie dort wo ich tatsächlich geboren bin in dem da am Bodensee oder liegt sie dort oben auf 5600 Meter das war mir nicht mehr Bist du eigentlich mal in Amerika gewesen? Nie Wärst du mal gerne in Amerika? Ja, in Novosibirsk Novosibirsk ja, das ist immer den längsten Teil von Japanisch Amerika oder was? Nein, das ist Russland ganz draußen in Russland ja, Novosibirsk und ich habe viele amerikanische Freunde und nichts gegen die Landschaft Amerikas und die Pharma und sowas als nur dieses Erleben in den Städten wie New York das interessiert mich nicht Also wir haben davon gesprochen dass du 1977 war das wohl mit Brüder des Schattens Sünde des Lichts wirklich 77, 78 als Ergebnis deiner Reise in den Himalaya gemacht hast Ja das kannst du wenn ich dich unterbrechen darf das kannst du daran erkennen dass das Titelstück Brüder des Schattens Sünde des Lichts ungefähr 20 Minuten lang bleibt den Rhythmus des Schreitens des Gehens hat das was man im Himalaya tut da geht man 18 Minuten und 20 Sekunden Ja ja und es ist ein tatsächliches Schreiten Rhythmisches Schreiten und dieses Stück ist dann aber auch ein Teil der Musik in dem Film von Werner Herzog vom Fizger Nossverrat Ja ein nicht unwesentlicher Teil das war oft mit Herzog so dass am Ende des Films des Drehens Herzog kam und sagte bitte geh ins Studio und mach Musik oder aber ich war gerade in irgendeiner Arbeit und dann sagte er mach mal deine Kiste auf und lass mal hören deine kleine Musikbox ob da was drin ist und dann gewöhnlich hab ich ihm das vorgespielt und wenn er etwas für seinen Film bedeutsam fand dann hob er den Zeigefinger guckte mich sehr streng an Aha Ist das bei Herzog so gelaufen generell so wie in Rom damals bei Agirre dass er den Film fertig hatte und du erst anschließend fertig die Musik dazu beistern konntest oder hattest du irgendwann einmal die Möglichkeit in seinen Filmen auch tatsächlich die Musik zu dem Bild zu machen Ich hab immer die Musik zum Bild gemacht Ich meine jetzt die Art von Synchronität die wie ein Goldsmith oder Morricone wenn die eine Filmmusik speziell gemacht haben Ja ich sag gerade es gab die eine Möglichkeit dass er fertig produzierte Musik selbst ausgewählt hat bei mir und sagte das passt das passt das passt das passt und da war die Entscheidung bei ihm ganz allein übrigens für den Reflexion das angenehmste Ja Denk mir Und der andere Teil etwas mehr als die Hälfte etwa waren Produktionen die im Studio extra für den Film gemacht worden sind Das war früher mühseliger weil es Tage und Tage und Tage am Schneidetisch sitzen erforderte Später wurde das brillant einfach dadurch dass wir im Studio den Videorekorder hatten und den Fernseher und praktisch zum Bild direkt Bewegung der Musik anlegen konnten und derlei Sachen machen konnten und da konnte sich Herzog natürlich nach den ersten Erfahrungen langsam darauf verlassen dass ich die das was er eigentlich sagen möchte dass ich das verstanden habe und dass mir das nicht fern ist und dass ich dazu die entsprechenden Musik machen kann und so erklärt sich diese ja wie soll man sagen kontinuierliche Zusammenarbeit die natürlich immer unterschiedlich ausfiel ich kenne Projekte vom ersten Drehbuch an und konnte mich damit beschäftigen für die Musik aber meist war es doch so dass ganz am Ende immer in äußerster Eile weil die Kinotermine schon gebucht waren und Termine nicht platzen konnten dass eigentlich immer am Ende die Filmmusik in Tag und Nacht Arbeit immer nicht mehr in welchem dieser ganzen Filme von Cobra Verde Nosferatu Fiscareido Herz aus Glas Aguirre all diesen Filmen welcher ist für dich der Film wo du dich am meisten mit identifizierst wo deine Musik so eingesetzt ist wie du die selber von vornherein herrlich drin gehabt hast ja das muss ich sagen dass ich die Fähigkeit Herzogs Musik richtig einzusetzen außerordentlich hoch schätze und das dass er dir sehr gerecht geworden ist sozusagen er wird nicht mir gerecht sondern er wird seinem Bild gerecht und wenn ich dem Bild gerecht geworden bin werde ich selber auch belohnt wenn er es richtig einbricht ja richtig er hat es immer richtig eingesetzt er hat ein enormes Gefühl für Musik obwohl er selbst sprachlich seinen Wunsch nach Musik nicht formulieren kann also wenn ich mich an die Eröffnung von sowohl Fizz Caraldo als auch die Eröffnung von Nosferatu erinnere in einem Fall waren die ganzen Gebeine da im Mexiko irgendwo und im anderen Fall war es der Urwald ich glaube nur die Chöre und dann diese beides waren in gewisser Weise ähm also atmosphärische Szenen die so wichtig von der Musik bestimmt wurden versucht Bilder zu machen wo du das was du siehst glaubst zum ersten Mal zu sehen ebenso war das einer meiner inneren Haltungen wenn ich Musik gemacht habe die tiefe Möglichkeit der Musik hier zu begegnen zweifellos ist der Filmstil Herzogs für die Musik die wir von Popolbo sehr entgegenkommend ich kann mich sehr schwer vorstellen das hätte sich Michael Jackson eingetan nicht Popolbo Musik irgendeinen Tatort denke ich mir das ja obwohl es nicht so möglich ist aber ja gut man kann Musik machen aber nicht Popolbo Musik die meint was anders die meint tatsächlich die ja sagen wir mal die Seele im Menschen anzusprechen und was anders hat Herzog mit seinen Filmen auch nicht gemacht ist nur die Frage wie du Seele definierst nach Werner Herzog Nosferatu kam erst mal eine Platte Tantric Songs Tantric Songs ist eine amerikanische Veröffentlichung die die beiden Platten Brüder des Schatten Söhnen des Lichts und die darauffolgende Platte Nacht der Seele als Compilation herausgebracht hat Nach der Seele war die Arbeit wo dann auch dieser Komplex einer neuen Musik die durch das Reisen und die Himalaya Zeit und dann begann die Idee die ursprüngliche Idee die ich hatte bevor ich Platten machte wieder mir ganz nahe zu kommen szenische Oratorien zu machen und ich machte mich an die Arbeit von sei still wie sie ich bin ich habe die Platte dann aufgenommen mit dem Chor der Bayerischen Staatsoper unter Gruppe Popol Vuh und fuhr mit dieser Musik in die Wüste Sinai und hast auch einen Film gleichzeitig gedreht damals nicht? Ich habe einen Videofilm gedreht Interessanterweise mit einer Dame in der männlichen Hauptrolle Ist das richtig so? Ja, mit der Veruschka war damals sehr bekannt als als Fotomodell und wenige kannten ihre tiefe Art Dazu muss man sagen die Veruschka war aus dem Film Blow Up berühmt geworden als Fotomodell nicht? So kann man das schon zur Erklärung Ja, sie war ein sehr berühmtes Fotomodell und hat dann mit Antonioni zusammen im Blow Up praktisch ihre Filmkarriere die sie nie zu Ende gemacht hat also irgendwie ist was anderem bestimmt war begonnen Wir kannten die Vera schon aus der allerersten Zeit als wir in Peterskirchen in einer Art damals noch vor der Zeit der Kommune in einer Art Wohngemeinschaft von Künstlern gelebt haben dort entstand auch in dem Werten Pfarrhaus und es war meine Idee Vera als Propheten in diesem Film einzusetzen und wir haben zusammen ein Bart gesucht und Vera mit ihrer langjährigen Erfahrung als Model hat während des ganzen Films auch das Schminken vorgenommen und das Kostümieren der Leute sie hat die Kostüme genäht und hat sich als unglaublicher ja als ein unglaublich gutes Gruppenwesen dargestellt und so war das Drehende eine sehr schöne Zeit aber ich sehe dass du zu der Zeit sehr unsteht von einer Firma zur anderen gewandert bist das ist Innovative Communication die nächste Platte die davor war Celestial Harmonies dann Unitone in Norwegen Ope Ope Dahl Was ist denn alles nur Auslandsveröffentlichungen die du da hast Ja ich finde das sehr interessant ich meine viel ich finde das ein interessanter Aspekt einer professionellen Schallplattenkarriere um das mal so zu sagen ich weiß das aus Ike und Tina Turners Zeiten wie Ike Turner eigentlich nur jede Möglichkeit wahrgenommen hat um überhaupt ein Produkt auf den Markt zu bringen nämlich seine Kreativität umzusetzen in Marketing Technischer Promotioneller Weise oder sonst was geht dir das auch so dass du um jeden Preis deine Sachen auch als Platte auf dem Markt haben willst oder hätte es auch sein können dass ein Werner Herzow Film gelaufen wäre wie Cobra Verde nehmen wir das als Milan Records und da wäre keine Platte auf dem Markt gewesen gibt es so etwas war doch nie irgendwie für dich da es war immer mein Wunsch mal irgendwann etwas zu komponieren was nicht veröffentlicht wird und irgendwann habe ich mir das Fest vorgenommen bei zwei Liedern und wieder warst du da diesmal ein Zimmer drunter und schließt wahrscheinlich auch und ich saß am Klavier und spielte diese beiden Lieder und daraus wurde dann von dir injiziert eine Single einer meiner erfolglosesten Arbeiten die ich je unternommen habe du sollst lieben war das dann im Übrigen zwei Stücke die ich heute noch sehr liebe ja das sieht ja auch schön Jung-Jung ja richtig ja schön jetzt sehr richtig hast du weißt du nicht wie viele Platten du bis heute gemacht hast genau nein was sagen wir mal äh es gibt derlei Aufstellungen 25 30 25 ja nicht Originale nein nicht Originale mit Repackaging und wieder veröffentlichen mit dem allen zusammen wohl ja aber ich würde sagen bei Originalplatten etwa 23 nicht nein schätze ich nicht bei Originalplatten würde ich sagen 18 ich weiß es nicht ich weiß es nicht du bist ein guten guten Videofilm was das sitzt einer so und redet so da sind noch ein hofer Leute da und der merkt gar nicht wie die gehen alle nachts sitzt er immer noch da und redet das Film läuft ja na klar ähm pass mal auf jetzt wir kommen wir kommen jetzt jetzt auf die Produkte die dir als solches wichtig sind von diesen Leuten die neuesten Sachen neueste Platte aber wir sind jetzt im Jahre 1990 nicht 1990 jetzt wirst du ein Cobra Verde ankommen ja Cobra Verde der letzte Film den er mit Kinski gedreht hat oder ist noch was danach ja gut ich hab Agape Agape und die Spirit of Peace aber sag mal das hab ich jetzt abgetan mit den äh mit den vielen internationalen New Age Firmen mit den aber wir kommen zu dem Film Cobra Verde war das eigentlich der letzte Film oder war Volchek davor oder danach das ist der letzte Herzog Produktion große Spiele die jemals getroffen ja ja wo bei Herzog im Büro wenn Kinski wenn Kinski sich das Geld abgeholt hat und ich hab ihn da als Ausnahme genommen dann auf oder ja